Ist das Sinn? Ja, ich kann definitiv sagen. Philipp, sag mal was. Bla bla bla. Das ist so geil, das ist so schwarz. Das ist so geil. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ich hab keine Lust. Wir verarschen dich nicht, Mensch Tommy. Wir können doch nichts dafür, wenn es bei dir anders aussieht, ist einer, warum auch immer. Ich nehme jetzt gerade einen Moment lang auf. Philipp, sag mal noch mal was. Ich hab keine Ahnung. Wie ist das? Tommy, jetzt sag du mal was. Hallo? Wie geil. Oh, da sagt was. So, Schnuppi, sag du noch mal was? Ja, was gibt's denn? Ja, dann leuchtet Tom auf.